Wie hat Ihnen denn das Shooting in Paris gefallen? Ich habe das Shooting in Paris geliebt. Also die fünf Tage, wo wir da waren, das war super. Das Team war super professionell, die ganzen Mädels, die da waren. Und die Motive, die wir hatten, die Stadt an sich, das war ein richtig tolles Erlebnis. Was war da Ihr schönstes Erlebnis? Das schönste Erlebnis war, glaube ich, das Shooting vor der Sacré-Cœur. Weil das war abends und wir hatten komplett alles abgesperrt. Das hatte ganz schönes Lärm. Und was erwarten Sie jetzt von der Lamberts Monday Night? Ich freue mich tierisch darauf, erstmal die ganzen Montag zu sehen, die Kleider zu sehen. Und viele Gesichter wieder zu sehen, vor allem Emily, mit der ich sehr viele Fotos zusammengebracht habe. Die wird auch da sein. Einfach einen schönen Abend. Und mögen Sie die Leckereien von Lamberts? Haben Sie die auch probiert? Ja, ich liebe die Schokolade von Lamberts. Die ganzen Kekse. Die hatten wir auch in Paris die ganze Woche immer dabei. Und die ganze Zeit von allen Seiten konnte man die halt waschen. Ich habe zu Weihnachten auch ein ganz tolles Paket bekommen mit ganz vielen Printen. Das ist einfach ein E-Founder.